Die SPS Schickl Präzisionssysteme GmbH ist im Chemieanlagenbau tätig, der vorwiegend seine Produkte international vermarktet. Die Anwerbung von ausländischen Fachkräften war notwendig, weil der hiesische Fachkräftemarkt extrem wehrgefähigt war. Wichtig war ein rundum sorgloses Paket zu bieten. Da hat uns die Frau Meier, die wir kennengelernt haben, sehr geholfen durch ihre Zweistaatlichkeit als Spanierin und Deutsche, dass wir gelernt haben, nicht nur die Arbeit und die Wohnung ist wichtig, sondern auch das familiäre und soziale Umfeld. Und dadurch ist es uns gelungen, die Fachkräfte hier zu halten. Ich finde es außergewöhnlich, dass ein Chef andere Mitarbeiter zum Beispiel zur Verfügung stellt, damit man eine Wohnung einrichten kann. Er hat Leute, er hat die Fahrzeuge der Firma zur Verfügung gestellt. Also der Deutschkurs wurde so aufgebaut, dass eine gewisse Anzahl von Wochen als Intensivkurs gestaltet wurden. Danach haben sie täglich noch zwei Stunden Unterricht. Und ich bin immer da. Das heißt, wenn da ein Problem entsteht, sie wissen die Spanier, sie müssen mich sofort kontaktieren. Wenn da ein Problem ist, muss man das sofort lösen. Ich habe oft gehört, diese Unternehmen zu sprechen, aber ich habe sie nie gesehen. Ich kann nur alle anderen Unternehmer oder Unternehmen ermutigen, wenn es Facharbeiterprobleme gibt, den Schritt zu wagen ins europäische Ausland oder überhaupt ins Ausland und Fachkräfte anzuwerben. Das ist immer eine Bereicherung für das Unternehmen.